willkommen zurück zu pokémon silber wir sind hier stehen geblieben kurz vorm nationalpark wie man ganz kurz zeigen möchte denn der nationalpark ist echt nice und die musik ist auch so toll aber darum geht es heute leider nicht den nationalpark werde ich dann wahrscheinlich erst in der nächsten folge zeigen denn heute gibt es etwas besonderes wenn wir nämlich das schild lesen was hat denn das schild das käfer turnier findet jeden dienstag donnerstag und samstag statt du hältst nicht nur einen preis alleine für die teilnahme sondern auch ein käfer pokémon dass du dort fängst wow wenn wir mit ihm reden welcher tag ist heute heute ist donnerstag das heißt heute findet das käfer-donier statt die regeln sind einfach fange ein käfer pokémon mit einem seiner eigenen pokémon das käfer pokémon wird dann von der jury bewertet möchtest versuchen jetzt du hast mehr als ein pokémon du musst igelava auswählen sein erstes pokémon bist du damit einverstanden klar gut wir passen währenddessen auf deine anderen pokémon auf die pokémon von mike wurden den turnierhelfer übergeben hier sind die packbälle für das turnier cool wer das stärkste käfer pokémon fängt hat gewonnen du hast 20 minuten zeit wenn du keine packbälle mehr hast ist das turnier beendet du darfst das letzte pokémon das gefangen hast behalten los fangen das stärkste käfer pokémon das du finden kannst das ist nicht mein ziel michael sagt ich habe käfer pokémon lange studiert ich werde sicherlich gewinnen wir suchen ein bestimmtes pokémon wir suchen nicht das stärkste wir suchen genau das perfekt wir ich kann nicht angreifen ich muss so fangen ok wir haben noch 19 welle gesicht ist egal wir haben insgesamt 20 minuten zeit deshalb sollte das eigentlich passend waren wir haben das gekriegt gefunden was ich eigentlich haben wollte da kommt nochmal packball schon 1 2 3 nein bleibt dröhne man und damit würde ich sagen wir haben ein neues team mit freunde ja ich werde blutung ins team nehmen gift bedeckt seinen körper es fängt und frisst nachts kleine käfer die von nicht angelockt wurden warte bist du selber ein käfer kann die ball aber wir können auch keine spitznamen geben ich hätte erst später besitzt blutzug level 13 bälle 15 ja jetzt sollte man eigentlich immer nach den seltensten die käfer pokémon suchen normalerweise sowas wie sichlor oder pinzieher oder keine ahnung blutzug ist glaube ich soll mehr mittel weil es ist halt nichts krasses für das spiel verstehen kann aber das wird unsere teilnahme denn ich möchte behalten man darf nur eins behalten ich glaube später ist dann geändert worden und noch ein blutzug so hallo er nur sagt seit meiner kindheit sammle ich käfer pokémon du kannst mich nicht besiegen ist das so mein freund so hallo sind die sagt was ist los findest er ist etwas lustig wenn ein mädchen käfer pokémon fängt ich habe übrigens gesagt ich trainiere schnelle pokémon für den kampf weiß ich an was an wen die namen angelehnt sind aber so was ich heute zum beispiel die schlechteste wahl wm gewinnend ist mir nicht wichtig ich suche seltene pokémon recht verstehen ja ist schon ein bisschen selten nicht so unbedingt sonst jemand mit dem ich reden kann das war es dann auch ich jetzt wie gesagt nationalpark wenn wir auch noch erkunden vielleicht sogar jetzt es geht das nach 17 minuten möchtest du jetzt aufhören ja gut warte bitte am notter auf die bekanntgabe der sieger gehe ich sprung kurz ein bisschen vor oh lol im remake wird das draußen da gemacht wie bewerten nun deine gefangenen pokémon die gewinner stehen fest bist du bereit dritter wurde pokéfan wilhelm mit einem blutzug mit einer punktzahl von 321 zweiter wurde käfer sammler enno mit einem sichlor die punktzahl ist 331 der gewinner des käferdienstes astriana las wird einem sichlor verdammt wir sind platz 4 schade mit einer punktzahl von 361 punkte und das blutzug sehr weit um alle anderen erhalten eine wäre als trostpreis dankeschön hoffentlich schneidest du beim nächsten mal besser ab wir geben dir deine pokémon zurück bitteschön ja ich würde gern blutzug einen schnitznamen geben denn es ist nun offiziell teil unseres teams und bitte köpft mich nicht für den namen ich habe einfach rum gefragt wie ich es nennen soll und das kam halt dabei raus ja oh gut ruf mich zu voll an guten abend mike hier ist gut run warte sind auch ein blutzug boah das ist ja cool weil wir gehen an eine kämpfen ich war es in der näher von 34 gebe arbeiten äh nein ich möchte kämpfen und was habt ihr jetzt so vielleicht hältst du eine höhere werte für ein pokémon mit ungewöhnlicher farbe was als ob man mit schein als ob man hier so shiny hand sind würde in dem käfer turnier und dann hast du gewonnen sofort ich liebe käfer pokémon cool ich hörte dass jemand mit einem raupi gewonnen hat was niemals das ist wahrscheinlich ganz ganz unten also ich bin zufrieden denn ich habe ein pokémon gefangen das ich haben wollte das auch toll habe ich auch ich habe viel gelernt aber noch nicht genug um zu siegen passiert das heutige turnier ist beendet wir hoffen dass du wieder daran teilnehmen wirst dankeschön aber ich gehe noch zurück denn ich möchte in nationalpark von hier betreten yeah was sagt eigentlich der typ jetzt das heutige turnier ist beendet wir hoffen dass du wieder daran teilnehmen wirst ja so blutzung ist leider und gut ist leider ein bisschen ja und falls ich frage warum ich es um und genannt hat die weitere von blutzug heißt ummut und da habe ich einfach nachgefragt wie solchen ummut nennen und da kann man das raus weil ich gewinne erhalte ich die pokélex dicker meines gegners was ich spiele mit stickern die ich aus meinem buch gedruckt habe ich gehe auf dem park spazieren aber ich meine das hohe gras trainer möchten immer kämpfen erholungssort nationalpark wie kann man den nicht ganz ehrlich es geht einfach nicht man muss ihn mögen er ist toll pass bitte auf ich muss aufhören immer wie ein lehrer zu denken du musst ein pokémon trainer sein da du so hart arbeitest möchte ich dir dies überreichen dankeschön dank für die flinkklaue der kann man immer als erstes angreifen also einmal aber er wird was man gibt die flinkklaue einem pokémon manchmal erhält es durch sie die initiative ja ja hast du billig hat ist ein sehr cooles pokémon muss ich sagen ich will nicht gegen trainer kämpfen übrigens ist in dem kipperturnier andere pokémon zu finden als ohne kipperturnier die hier meine tasche an ich habe meine lieblinge aus dem pokémon gedruckt und auf meine tasche geklebt das breit von blut ist es hat es denn teckel außerhalb gesichte super schall also noch nichts gutes ja komm lass uns das mal am viel regeln wie kann das auch viel besser so sagt ja ist ein schwacher pokémon aber wir werden noch leveln vom kampf gegen mich meine pokémon sind so niedlich ich möchte sie dir zeigen aber ich soll nicht wie beim blutzug noch diese pipi puppen ostnubel ist schon glücklich am viel zeigt nämlich funktioniert ja kein level abschade ich kann nicht vielleicht nicht im kampf besiegen aber man ist aber meine pokémon sind viel süßer mein freund hat ein mary das ist so niedlich ich wünschte ich hätte auch seines war freunde sein nein ok schade pech gehabt oh yeah wir auch noch kämpfen die pokémon welt bietet dir viel es gibt noch viele dinge über die wir nichts wissen aber ich weiß mehr als du bist du willst wer wissen als ich bruder ich komme aus der zukunft ich glaube ich weiß mehr als du mirabler dass ich nicht lache abgefackelt sag und dann wechseln zu am fiel ich schreibe mich an gar nicht gar nicht aua man bam down und wir kriegen level ab und bezüglich was ja du hast schon richtig verstanden soll hier mal hohes gras das ist ein bisschen anders als normales gras dieses gras kann man nicht weg rauchen nein keine ahnung was ist warum starrst du mich so an oh ein kampf ja was hast du denn dachtest du etwa an was anderes monika dein mirabler dass ich jetzt mal abfackeln werde das wird doch kein problem für mich dieses arme kleines ragosso das sind das den schädel von seiner toten mutter trägt oder ihre als mädchen ist gendert und nein dislike des abodee like alter kannst du nur ich werde dich mit all meinen freunden voll hätten das habe ich eigentlich ja knochenkeule ist eine sehr stark attacke aber das ding ist jetzt gut und ich krieg ein level ab dann bin ich sehr glücklich das mal nicht aber ist auch sehr sehr gut sind so wie du mich angeschaut hast habe ich geglaubt du magst mich schließlich bin ich hübsch ja so hi du bist der letzte wir bewundern unsere pokémon auch wenn sie uns nicht mögen das macht eben den wahren fan aus warum steckt seinen kopf halb in den animationen drinnen pokéfan wilhelm mit seinem raichu raichu wait i'm not ready for this warte das ist nur level 14 kom elektron gegen elektro donnerstag ja hier ist nicht effektiv ach da sind ich habe schon angst vor einem raichu raichu ist schon ein sehr starkes pokémon ich versuche mal kopflos raichu schneller aber wenn ich doch nicht dann ist überhaupt eine welle ich weiß gar nicht ob dann eine welle bei elektroball trifft was Ach so, wenn der Beere Überlebt es Ab den 3 gibt es viel Verschiedene Bärenarten und dann 2 gibt es nur Beere und das war's Mein Pokémon Ich habe zwar den Kampf verloren Aber meine Pokémon gewinnen den Schönheitspreis Ah ja Die will nicht kämpfen Tipps für Trainer Möchtest du deine Briefe drucken Öffne sie und drücke Start Ah ja Das ist ein Brief von meiner Tochter Das macht mir Freude Hm, ok Ich drücke meinen Pokédex aus Du kannst auch Briefe oder PC-Boxen ausdrucken Ja, das Spiel geht sehr aufs Drucken Ich guck mal, dass ich vielleicht irgendwann mal Zeige, wie das aussieht, wenn man Was druckt Ich weiß halt nicht, ob es da irgendwo Footage online gibt Könnte ich ja immer mal einblenden Irgendwann mal Wie kommt man denn hier raus? Irgendwie muss man ja außerhalb des Zaunes kommen Damit man in den Pokéball kommt Naja Nicht so wichtig Oh, hier ist noch ein Schild Was hat diese Meldung zu bedeuten? Kämpfe sind nur im Gras gestattet Nationalpark, wie gut ist das? Na ja Haben wir uns von Acker Das heutige Turnier ist beendet Wir hoffen, dass du wieder daran teilnehmen wirst Ja, danke Kann ich eigentlich meine Pokémon ablegen? Ja, brauche ich gar nicht, oder? Ich habe jetzt 5 Pokémon, ne? Ja Tu mal das Wichtige nach oben Und die Nichtwichtigen sind unten Drei Wichtige Pokémon Der Rest ist so Hä, ne? Auch wenn ihr es fies an hört Ist trotzdem so Wir haben nur noch Ah, wir haben keine Tränke gekauft Ganz vergessen Du kriegst einen Und Du kriegst einen Wir müssen einkaufen So Aber das Ding verschieben Wird erstmal nach oben Hier weg Was Beleber Passt So Weitermachen Tipps zu Trainer Der Status der Pokémon Ist unterschiedlich Sogar innerhalb derselben Spezies Zu Beginn ist der vielleicht noch ähnlich Doch die Unterschiede Werden deutlicher Wenn die Pokémon heranwachsen Gucken wir mal Unserem Pokémon mal kurz dran vorbei Was hat unser Owut? Hier, Käfergift Äh Wo steht denn das? Hab ich's verpasst? Äh Wo steht denn das? Nein, ist auch egal Geh so durchs Crumb Ja, okay, keine Ahnung wo es geht Ist mir auch egal jetzt Ja So, hier gibt's noch ein Baum Bei dem wir schön ein Obst Äh Ein Eis Eine Eisbeere Pflücken können Klar Natürlich Eisbären Klar So ein großen Bär Einfach aus dem Baum pflücken Standard Versteht Ich werde jetzt seine Gedanken lesen Äh Bitte nicht What? Bitte nicht meine Gedanken Psycho Jaquiz Oh Gott, ein Abra Was will denn Abra? Das kann nur Teleport In der zweiten Gen Das kann halt wirklich nur Teleport Oh, es kann Blitz Oh Gott Nein, da hab ich ja Angst Oh nein Oh Gott Das war ja ein sehr schwerer Kampf Ach komm Was spule ich vor Level 15 Nice Oh oh Ja, okay Vor der Kadabra habe ich jetzt schon mehr Angst Äh Amphi Hey Komm schon Krieg das noch gut hin Ne Oh oh Zu Kraft Nein Nein Der Löffel Nicht der Löffel Nein Der Geflogen der Löffel Uri Gerla Wieso nur Er schlug viel Daneben Oh oh Kommt, Riff Danke Tja Wie wird es jetzt mal Gedanken lesen Ich habe mich wohl bei dir verlesen Ja, habe ich auch Ich wäre wirklich stark, wenn ich wüsste, was mein Gegner denkt Tja Kann man nicht ändern Oh Hi Danke meiner Studien bin ich für jedes Pokémon bereit Äh Sicher? Bist du dir sicher, dass du bereit bist für unser Dreimann-Team? Hm Tangela Warum ist das so türkis? Ich werde gerade auch nur Zug und Tangela sehen sie schon sehr ähnlich, die können Cousin Cousin sein oder so Cousin Cousin Ach, keine Ahnung, es ist mir egal So Da du vom Pflanzpunkt man bist, wer ist jetzt abgefackelt Irgendwann haben wir schon einen Flammenwurf, Leute, aber jetzt noch nicht Und es brennt Däun Hehehe Ehhahaha Äh, ups Ein Fehler in der Berechnung? Jaja Mist, ich lerne auch fünf Stunden am Tag Es gibt vieles, das du nicht aus Büchern lernen kannst Wow, du bist ziemlich stark Klar, glaubst du, du kannst mir deine Hilfe nochmal geben? Ich melde mich bei... Oh, ja, lass mal Kopfnis einsetzen, was gibt's denn hier so? Oh, was hatte ich mit einem Pokémon? Hab ich jetzt nicht erwartet Ein Schlafen ist, oh weil? Oh weil findet man ziemlich oft, muss man sagen Hast klar Und das ist der seltsame Baum? Er wackelt tatsächlich Doch leider Kommen wir hier noch nicht durch Wie geht's weiter? Schaltet ein Beim nächsten Mal